ALT! Alter! Du Fake! Hilfe! Warte, wir holen Zoe noch. Wenigstens, krass. Alter, du hast mich abgeknallt. Ach, ich kann Zoe nicht holen. Alter, geht... Ey, ihr holt doch mal hier! Ja, klar! Scheiße, Mann, du hast mich abgeknallt. Ja, hinter dir war ein Zombie. Was tust du? Zoe! Mist! Wir sind nur zu zweit! So, es kommt rein! Rein da! Puh! Hey! Ja, ich gegen den Tank. Weil ihr alle unten auf der Straße wart! Ich muss ihn im Liegen mit einer Pistole töten. Ja. Hast du aber geschafft, wenigstens. Ja, ich hab das übergegeben. Ja! Wir legen los! Da! Ich bin glücklich. Kein leid. Das letzte Stück, das schaffen wir auch noch eigentlich, ist das jetzt das coolste an der ganzen Kampagne. Das Finale. Ich verarzt dich. Ich verarzt dich nicht. Ich will dir das geben. So geht das nicht. Möchte ich verarzt? Und? Und ich. Komm mal. Wir sind inzwischen in dem letzten Part, oder? Ja, stimmt. Oh, das kann ja was werden. Das Finale. Das ist aber cool. Das Finale ist richtig gut, finde ich. Oh, hier geht's ja wieder ganz schön ab. Wie ich diese Witches hasse. Ich höre den Witch. Das Licht aus. Was ist denn die Witch? Hier ist ja erstmal irgendwo noch ein Hunter. Der ist tot. Okay. Witch gefunden. Hier draußen beim Haus. Links. Perfekt. Ja, klar. Ihr habt dem Rat ein paar Zombies, die rein kommen. Die Witch hat schon ganz schön sauer gemacht. Was zum Teufel tust du Francis? Was ist denn das, dass du siehst? Was ist denn das? Das war's. Ich habe keinen Bock zu Witches. Na, 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 na. Ich hasse Kleinsteel. Hey. Hat doch. Ich kann dich ja was auf dem Weg. Was zum Teufel tust du, Francis? Ach, Mensch, jetzt hab ich dieser scheiß Zorn geh Guter Schuss Hier geht es weiter zum Fluss Ich geh mal kurz hier reingucken Ah, hier ist ein Medipack Ja Die müssen nützlich sein Wer jetzt das braucht, dann Ja, so, hier hat's aufgenommen, die halt schon auf Bedarf Ja, genau Ja, aktuell haben wir ja alle nichts mehr Ja, nö Weil wir alle tot in den Bunker rein sind Ja, gut, aber wir sind ja gleich Wir sind ja gleich bei Aus Auf Auf Was? Not enough Entschuldigung Was? Smoker war noch nicht tot, oder? Boomer Leute Ich glaub nicht Ich glaub nicht Ich glaub nicht Da haben wir schon viele lustige Geschichten erlebt, oder? Am Brotshaus Na gut, vor allem ich und Marvin Und Bei der Helane auch Soll ich den Funk anrufen, oder? Nein, 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 ich kenn mich genau Die Hälfte Die Hälfte Die Kärse Heil 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 Hier gibt's n Der Medizinschrank mit 4 Medipacks drin Oh, nein, könnt ihr mich decken? Ich bin mal kurz wieder draußen Ich deck dich Nicht schon wie so ein Medipack Lade nach! Das ist beim zweiten Teil nicht, da haben sie besser gemacht Was? Ja, dass man nicht ständig, äh Habt ihr jetzt schon gefunkt? Nein Ach gut, wo seid ihr denn? Auch da Ja Ich hab' gehört, es gibt Medipacks Ja, gibt es, gibt es Ja, hier, beschreiben Sehr gut Und Munition Also, was ist jetzt? Das ist auch gut Und Moly Und Rohrum Ah, geil Ja, brauche ich alles Ich brauche Das komplette Ja Ja, das volle Programm Ja Und noch mehr Und den Minigern Ja, na klar, die ist ja immer hier Wo waren jetzt Rohrbomben oder sonstwas? Hier oben Achterhof Okay Wer nimmt jetzt ne Rohrbombe, hier wär' noch ein Moly Also, ich hab schon Moly Also, ich hab ne Rohrbombe Dann nehme ich Moly Ich geh wieder in die Minigern Okay, dann geh ich Ich steck dich Altbewährungsstrategie Ja, hat bis jetzt doch immer geklappt Ich steck dir an der Treppe Gut Warte da aktiviere ich und renne dann hoch, okay Okay Und Funk Das wär' mal geil Das wär' mal geil Ich renne nochmal Zehn Minuten Zehn Minuten Zehn Minuten? Im Ernst? Das wären zehn lange Minuten Wirklich zehn Minuten oder so? Pseudo zehn Minuten die für uns so zwei sind Das ist mein Wort, Leute Ja, das sind wirklich Themen die Verdamme nochmal Warte mal, ich bin mal hier unten Da sind die alle Geilte, jetzt hat mich den Smoker Und Warte, die hast du wieder Okay, Hunter ist halt vorne Achtung, hier durch, ist ein Hunter verdammt Pass auf Pass auf Ich verpüfe jetzt den Hunter Ich verpüfe jetzt den Hunter Sie hegt auf Sie hegt auf Sie scheine Richtig, glaube Geht's euch nicht gut? Och Ich hält's mal so je kurz Ja, mach das Ja, mach das Scheiße Jo Smoker hat mich Okay, ich bin wenigstens außerhalb der Dingels Kann mir mal kurz jemand helfen? Ja, aber wo bist du denn? Scheiße, scheiße, scheiße Im Haus hat mich Gut, danke Warte Moka ist nicht tot Moka ist nicht tot Moka ist tot Moka ist tot Wer ist da draußen? Der ist irgendwo da draußen Nein, er hat noch Jetzt ist er tot Jetzt ist er tot Okay, drei Minuten Rohrbombe bereit Ich brauch dringend Muni Das hört sich nach Tank an Das ist ein Tank Bei Tank ist, ähm, Molly besser Ja, ich weiß Ja, ich weiß Aber hab ich jetzt nicht Aber unten wären welche Hab, hab, ich hab einen Ich hab einen Wo ist der, wo ist der Tank? Pack ey Wo ist er, wo ist er? Was war denn das gerade? Ich seh ihn nicht Da ist er Ich hab was gefunden Äh, Leute Gewagter Plan Und dann einer lockt ihn vor diese Railgun Ist ja eigentlich ganz gemütlich hier unten, oder? Ich wacke das nicht! Da ist der Tank Der, der Tank ist für der Railgun Verdammt Raider, wo wir uns Komponiert sind Ja, ja Ich brauch uns noch Du machst jetzt hier wieder weiter Das Ausruhen hat ein Ende Guter Schuss Aber so ein Freund Leute deckt mich mal, ich bin nicht mal aus Oh Kein liegt Kein liegt 3 5 5 5 6 6 6 7 Jungs und Mädels Seid doch mal still Okay Ganz klar unten sicher Ja oben sicher Okay Wo ist der? Ich habe Molly Molly ist gut Scheiße ich kann nicht Der ist drin Alter Smoker Smoker Nein Hat er in der Haus Dank down Dank down Wo ist das Boot? Wo ist das Boot? Ich suche auch grad nach dem Boot Ich suche auch grad nach dem Boot Scheiße Quack Also wenn du dich fragst Ich denke ich mag Keißer Verteidigung Da rüber Hier rüber zum Steg Tank Ja Aber das wird nicht Und hol doch Ja zündet das doch an Oh fuck Circle Scheiße Boah Alter fuck Ihr seid die sozialsten Menschen die ich kenne Ich suche einfach den Steg hinter euch an Ich war tot Ja ich war deswegen tot Weil ich dann nicht mehr zum Steg kam Zum Gedenken an Motorrus und Octafire immerhin Ja die beiden sind leider verstorben Dafür kann ich überhaupt nichts Was? Du bist so ein Sack Ehrlich Ich bin nullmal gestorben Tom Achtmal Ich wurde nur einmal außer Gefecht gesetzt Octa hat siebenmal Verband gebraucht Ich hab nur auch dreimal Schmerzen Ja dafür habe ich auch dreimal irgendwen anderen Drei Rohrbomben Vier Molotovs Acht Hunter getötet Elf Boomer Fünfzehn Smoker Alter Gewöhnliche Infizierte Am wenigsten Schaden erlitten Am wenigsten Aber immer nur elfmal Zweimal Witch gestört Zweimal wiederbelebt Sechzehn Verbündete beschützt Nullmal Verbündete geheilt Ja dreimal 38% mal getroffen Und dafür auch nur 7% Kopfschüsse Scheiße meine genauigkeit Das teilen uns die sieben 1535 Zombies wurden bei dieser Filmproduktion verletzt Ach genauigkeit ist Für sonst was Kann man sich sonst wo hinstecken? Hauptsache ist man überlebt Oh Ja Sag ich doch ne Hauptsache ist man überlebt Ja 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 Du kriegst das schon noch irgendwann zurück Keine Sorge Ich krieg das mit Sicherheit zurück Aber ich würde sagen Das war es jetzt erstmal Mit unserer langen Aufnahme Wir haben bestimmt über 2 Stunden aufgenommen Ja auf jeden Wirklich wärs Ich hab mehr als eine Flasche Wasser verbraucht Also das sind Über 2 Stunden Aber 0,5 Flaschen 0,5er Flaschen oder? Ja 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 nicht die ganz riesen Ich hab immer 0,5 Okay cool Dann würde ich sagen Wir verabschieden uns und Und Sehen uns dann beim nächsten Mal Wann das sein wird weiß ich nicht Aber wir haben jetzt glaube ich erstmal ein Vorrat für 4 Wochen Also Ja Ich hab da keinen Plan aber ich stimme einfach mal zu Ja Ja Gut Na dann würde ich sagen Tschau Tschüss